Let's Dance, deshalb herrscht zwischen den Kellys Funkstille. Wochenlang wirbelten die Stars bei Let's Dance über das Parkett, doch ein Kandidat sorgte nun für besonders viel Aufsehen, Gabriel Kelly, 22, der talentierte Sänger und Neffe von Schlagersängerin Maite Kelly, 44. Die Erinnerungen an Maite Kellys eigenen Triumph in der RTL-Tanzshow werden wach. Doch wer glaubt, dass Tante und Neffe sich durch ihre gemeinsame Erfahrung bei Let's Dance näher stehen, der irrt. Im Gegenteil, die Schlager-Ikone spricht nun erstmals öffentlich darüber, warum sie keinen Kontakt mit Gabriel hat. Let's Dance, Maite Kelly spricht offen über ihre Beziehung zu Gabriel Kelly. Maite Kelly zeigt sich so offen wie nie zuvor. Nachdem die Schlagersängerin bereits im Podcast ihres ehemaligen Tanzpartners Christian Polank, 45, enthüllte, dass sie als Kind unter Stottern litt, ließ Kelly noch eine weitere Bombe platzen, ihren geringen Kontakt zu ihrem Neffen Gabriel Kelly. Der Jungspunkt gewann erst vergangenen Freitag, 24. Mai, nach wochenlangem harten Training den Titel des Dancing Stars 2024. Der Musiker tritt damit in die Fußstapfen seiner Tante Maite, die 2011 ebenfalls den ersten Platz belegte. Doch obwohl beide eine gemeinsame Leidenschaft fürs Tanzen teilen, fehlt es an einer familiären Bindung. Der Grund? Das abschottende Aussteigerleben von Gabriel Kellys Vater, Angelo Kelly, 42. Er war wirklich im Nirgendwo ohne Handy. Ich glaube, ich habe zehn verschiedene Nummern von ihm, die alle nicht funktionieren, erklärte sie. Deshalb hatte ich leider nicht viel Kontakt zu Gabriel, außer auf Hochzeiten oder Beerdigungen. Dabei offenbarte Maite Kelly, dass sie zunächst gar nicht wusste, dass Gabriel an der beliebten TV-Show teilnimmt. Doch als sie es erfuhr, war für sie eines klar, wenn er handwerklich so ist, wie er mit seiner Musik umgeht, dann wird das eine wunderschöne Reise für ihn.